Hallöchen Popöchen, liebe Internet Kicker, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen RUAST! Und mit dabei ist Minyas und Bodan. Hi! Und wir haben einen Airdrop gefunden. Beziehungsweise, es ist so dunkel, ich weiß ja nicht, ob die überhaupt was sehen jetzt. Aber da müsst ihr jetzt durch. Im nächsten Aufnahmen bin ich ja gestorben und ich hab auch nichts dabei. Ich bin nur nackt. Scheiße, den... Bodan, wo bist denn du? Ich, hinter dir. Ich seh deinen Staub. Oh, ne Fackel. Ja, kann mal jemand die Fackel anmachen? Nein, hier komm ich nicht hoch. Sag mal, ist da ein Ofen auf dem Dach? Ja, da ist ein Ofen auf dem Dach. Ich wollte ja natürlich noch Wände drum herum bauen. Naja, ähm, ich muss mir erstmal ne Grundausrüstung. Du hast immer noch keine Treppe vor die Tür gesetzt, wa? Äh, das ging nicht, ich hab's probiert. Das ging nicht. So. Okay, äh, ich hab den Airdrop verloren. Nein, hast du nicht. Der steht direkt vor mir. Ah, wo dann habt ihr mein Stuff hier gelassen? Das ist ja geil. Und jetzt mal mit der Hand das Ding aus. Okay, tut mir leid, dass ihr hier nichts seht jetzt. Das eine, was mir fehlt, ist... Was denn? Also ich hab auf jeden Fall erstmal ne, ne Maske, ne Lederjacke, äh, nen Schlafsack. Okay. Und was auch immer, das ist, das ist eine Assault Rifle und Munition. Ähm. Warte, 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 ich bin vor dir. Ja, ja, das seh ich. Ich hol nochmal ein bisschen Material derweil. Wie siehst du denn aus? Warte mal, das müssen wir mit Minias machen. Ja, komm mal, komm mal hoch, damit ich das sehe. Ja, lass uns wieder zurück laufen. Das sieht richtig böse aus. Wir haben auch gar nichts mehr da im Material, dass wir... Mach mal die Fackel aus. Ich mach mal die Fackel aus. Ich mach mal die Fackel aus. Gib mir echt auf den... Ich muss ja nochmal kurz die M4 gerne mal hier, Assault Rifle technisch. Würde sich das vielleicht lohnen, dass wir noch ne Foundation hier vor die Tür setzen? Oh, das ist eher ne AK. Äh, das geht nicht. Hab ich alles probiert. Ach so, AK? Das sieht aus wie ne AK. Assault Rifle. Oh nein, ich rutsche runter. Oh, Glück gehabt. Ja, ich hab noch 5-11 Glück gehabt. Bist du tot? Nee. Nein. Warte. Ich würd ja nochmal schießen. Unsere Hütte sieht auch cool aus hier oben. Äh, kann man den Stein gathern hier? Ich seh es nicht, tu mir leid. Ja, kann man. Nee, warte. Was hast du? Ne Pickaxe hier. Ne, Steinaxe. Ich hab ne Pickaxe. Es gibt... Ist auf jeden Fall nicht so verschwenderisch, ja. Ah, Mann. Ihr seid hier lang gerannt. Ihr fragt schon einen Berg entlang oder was. Boah, ich nehm 86 Stones. Ist er weg? Nee. Wie ich geil sehe? Warte mal. Ich mach mal nochmal. Ich auch nicht. Was soll ich denn sagen? Oh, danke ich eigentlich im Gesicht immer noch. Oh, hier ist noch einer. Meins, 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 meins. Du hast Blut in mir Sicht. Du musst was essen. Wir müssen was jagen irgendwie. Beziehungsweise ess die Schokolade. Da ist irgendwo Schokolade noch drin. Ja, ich bin jetzt raus. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Material looten. Ich glaub... Na gut. Ist schon sehr dunkel, ne? Ja, danke, dass du Licht machst. Ich mach jetzt keins. Der Zuschauer ist mir egal. Und die Sicherheit geht vor. Safety first. Ja, ja, ja. Oh, dem Stein haste das aber jedem nur. Sind ja schon ein paar Leute auf dem Server. Von daher ist es ein bisschen schwierig, ne? Machst dir jetzt das Glühwürmchen? Machst du die Fackel aus? Nnnnnn. Wir wissen ja, was passiert, wenn die Fackel an ist. Lauft ihr grad mit Fackel an am Berg hinlang? Nein. Wir haben die Fackel aus. Dann sind wir da mit dem Internet los. Dann ist kaputt. Ja, ich... Hör dich auch nur halb. Es ist wieder Samstag. Es ist Samstag. Hast du uns nochmal? Ich hör euch beide auch so... Oh ne, du bist aufgehackt. Das ist der Teamsteak. Nein! Doch, doch. Dann müssen wir so wenig wie möglich reden. Nur noch... Kommunikation eingeschränkt. Das klingt eigentlich schwierig gerade. Voll verzehrt. Ah, das stimmt. Kannst... Oh... Ah... 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 David... Ah... 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 Oh... Oh... Oh Gott. Gegner. Wer? Tot. Tot. Aber hier erstmal auf... Achso, wo dann hast du noch die Steine? Warte mal, ich komm jetzt mal zur Basis erstmal zurück. Nee, tausend Steine noch. Weil ich will den roten Scheiß. Kannst du mal die Faklern machen? Ich seh nichts. Da ist doch irgendwo hier... Ich komm nicht rein. Ja, ich bin drin. Gut. Wir müssen noch irgendwas machen. Wir müssen eine Kiste davor setzen oder irgendwas. Jetzt. Ist da irgendwo was? Da ist nichts drinne? Da ist Kämpfer ja. Mach das jetzt mal. Da ist nichts drin? Wieso geht denn das nicht? Weil da nichts drinne ist. Ich hab auch nichts. Wir haben ja nichts. Jetzt mach das mal an hier. Jetzt mach das mal an das Ding. Ihr müsst unbedingt mein Bildschirm sehen. Das ist komplett blutverschmiert. Und jetzt... Ja, ich hab auch... Das ist echt blöd. Wow! Hast du eine Fackel noch? Nee. Warte, ich schmeiß mal eine runter. Ich hab nämlich noch eine. Wir müssen eigentlich... Bist du das, Minhas? Ja, ja. Töte dich. Hier ist noch eine Fackel. Mach mal an. Mach mal an. Ich würde mir ja noch nicht sehen, wie die Waffe aussieht. Hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich will hier rein. Ich komm nicht. Jetzt komm ich hoch. Ich hab ein Screenshot gemacht schon. Okay. Ich mach mal die Tür zu. Nur die Sicherheit... Hier unten liegt eine Fackel. Mach mal die Fackel an. Achso. Mist. Das wollte ich ja mit dir machen. Ich stehe vor dir. Du siehst nicht, weil du viel Sicht hast. Und dann... Boah, siehst du geil aus. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab eine Maske davor. Oh, das sieht... Bleib mal so. Oh, 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 oh. Freiheitskämpfer. Nee, nee. Die Richtung war gut. Die Richtung war gut. Genau so. Jetzt gehen wir noch von unten. Nee, es geht nicht vom Licht her. Bitte, da ist der Schatten zu stark. Das sieht gut aus. Mach mal die Fackel an. Gib mir alles. Komm, gib es mir. Oh, yeah. Machen wir die Schiffer. Los. Spiel mit der Kamera. Komm, spiel mit der Kamera. Machen wir das Magazin raus. Jetzt wieder rein. Ah, schön. Ich hab noch einen Stein. Ich hätte auch dieses Ding. Ich hätte auch sowas. Oh, das ist so ein... Das sieht noch martialischer aus. Weil das ist so diese... Jetzt senkt er dir grad die Haare ab. Was hast du überhaupt auf dem Schädel? Ist da noch ein Helm drin? Ach, da ist noch so ein Helm drum. Ja, genau. Die Sonne geht auf. Oh, sehr gut. Komm, wir gucken uns das von oben an. Lass uns die Sonne. Schauen wir das Feuer aus. Komm. Wir müssen hier entweder eine Wand machen oder je nachdem wie es geht vielleicht noch weiter ausbauen. Wie wäre es mit Jagen? Ja, 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 ja. Können wir denn hier noch eine Foundation heransetzen? Hier oben? Ja, müssen wir nicht. Ich glaube, wir können hier Dings machen. Ähm. Noch ein Floor. Noch ein Floor. Weil der würde dann ja irgendwann mal anschließen hier am Berg, wa? Also... Ich sehe immer noch nichts. Es geht... Theoretisch... Könnten wir ja auch mal Papier machen. Es ist immer noch nichts. Es snapped... Hier, das würde gehen. Es ist so, als wenn ich durch ein Auge gucke. So, ihr... Achso, ich hab hier noch was cooles. Wo dann? Komm mal her. Äh... Nimm du mal die hier. Guck mal in das Rohr, was hier drauf ist. Nimm du mal das Ding. Puh. So. Ja. Baustab-Vertrag. Baustab-Vertrag. Ich würde die mal hier setzen. Ich finde diese... Diese Farbgebung echt gut von dem... Also von der Grafik. Diese... Hat jemand den Ofen oben ausgemacht? Oder... Also wir bräuchten irgendwie... Haben wir 100 Holznehmer? Nein! Hab ich, hab ich. Hab ich. Ich geh los jetzt. Ich hab Holz. Ich hab doch einen geholt. Ich geh jetzt los. 1200 Holz. Soll ich hier was reinpacken? 52. 1200 Holz. Ja, machen wir nicht alles. Ähm... Wir bräuchten... Mann! Der Farschmichel. Wir sollen rein. 377. 377. Ja, das ist gut. 377. Hört sich da was an. Wir brauchen ein Lock. Und zwar brauchen wir dafür 100 Wood. Das kannst du auch bauen. Bei Construction. Warte. Ein Lock bauen. Oder vielleicht erst ein Tool-Cup-Board. Aber ne, wir brauchen... Ich mach grad ein Building-Paper. Äh... Ne, das Lock. Das Lock musst du bauen. Erstmal. Das ist egal. Mach, was du denkst. Wieso ist dein Penis... Guck dir, ist der so groß, dass er rausguckt? Damit der... Das... Nicht so ist dein Penis. Ja, der ist einfach... Ver... Wollen wir mal, ich zieh mal die Hose aus. Gibt's jetzt besser? Besser? Nein! Noch was mal noch. Der ist so groß, dass er rausguckt. Ja, das ist so. Das muss so sein. Das hat mir die Steamer-D zugewiesen. Hart am Wackeln. Willst du Pfeile und Bogen haben? Ich bin Alpha-Backer. Ja. Also ich würde jetzt auf jeden Fall noch mal Material besorgen. Ja, wir brauchen ja auch Essen deswegen. Das wäre natürlich schon eine Maßnahme. Fünf Pfeile, bist du aber großzügig heute. Mehr halt nicht. Wie mache ich denn Pfeile? Äh, aus. Ach, da ist Munition. Ja, genau. Mit Stone, okay. Das wird schwierig. Da muss ich mir erstmal Stein besorgen. Wobei, warte mal. Wodan, schade. Ich hätte dir eine Waffe heben können, bevor du losrennst. Ach, egal. Komm, wir holen uns Wodan. Wodan ist eine Waffe. Das ist nicht um. Wollen wir überlegen, ob wir den Eingang irgendwie an die Seite machen oder so. Vielleicht, wo die drei Fenster sind. Dass wir die Tür versetzen. Dass wir hier irgendwie einen Eingang rein machen. Gut, wir müssen aber sowieso erstmal Material besorgen. Eben. Ich hole das Material. Ah, jetzt noch. Oh, hier ist ein Reh. Ach, jetzt läuft ich damit rum. Ach so, scheiße. Da müssen wir unbedingt abschließen und oben zumachen. Sonst ist das alles hier für euch. Das stimmt. Für den Pudex. Ich habe immer noch Blut im Gesicht, weil ich nichts gegessen habe. Oh Mann. Reinspringen. Ich gehe jetzt trotzdem mit... Nein, ich gehe mit Blut jagen. Reinspringen. Das ist nicht wahr. Warum ist das so schwierig. Ich setze jetzt hier eine Kiste hin. Ah, ich habe genau das. Kommst du nicht in die Hütte oder? Nee. Ich lauf gleich andersrum. Das ist scheiße. Das ist wie so ein Einbruchschutz. Ja, selbst wenn du vor der Hütte stehst, weißt du, kommst du nicht ran. Oh, jetzt geht es hier ohne. Ich lasse mich jetzt hier rauf, Mann. Das ist doch jetzt nicht wahr. Gleich schieß ich. Genau. Meinst du, da geht es besser. Ich schieße die Tür raus. Aus Wut. Dieses steinige Gebiet hier bei uns um die Ecke sieht ja auch mal krass aus. Schon wieder alles hier durcheinander. Ah, hier ist ja so ein Ölfass. Da ist ja ab und zu mal richtig guter Loot drin. Loot drin. Loot drin. So. Dann wollen wir mal hier los. Anti-Revitation. Das, mein Sohn, wird alles später dir gehören. Wenn man sich überlegt, wie Rust ja angefangen hat, als wir das noch gespielt haben, so in diesen ersten Wochen und Monaten und jetzt mittlerweile, wie sie es entwickelt hat. Hammer. Oh, ich habe einen Plan für Exklusives. Gut. Das ist gut. Erlernen. Läuft. Was denn das hier ist? Das ist die Steinwüste da hinten? Das ist ja, wirkliche Stuff gibt es ja auch nicht, ne? Cool, Holz ist erstmal wichtig, um die Hütte richtig auszubauen. Tut du mal, ja. Bleib mich auf, Holz. Oh, fuck, fuck, fuck. Was denn? Du hast einen Pfeil im Bogen, wir haben es nicht vergessen. Ich kann den nicht rausholen, weil fünf und... Na, tot. Quatsch. Nein, jetzt bin ich ganz tot. Oh no. Der ganze Stuff. Der ist immer noch auf dich geeicht, der Schlafsack. Ja, lass mal auch. Ist besser. Ja, ist wahrscheinlich auch notwendig. Wo wirst du denn gestorben? Richtung Strand? Ja, wenn du Richtung Hütte kommst, kann ich dich führen. Dann kannst du mich zumindest... Ich bin an der Hütte. Ich bin weiter unten und... Ja, dann komm ich da mal runter. Also an der Seite, wo man hochgehen kann. Ja, genau. Genau, da hab ich... Ja, ich seh dich. Da hinten in dem Waldstück. Jetzt verlängert die Sicht, also links am Hang. Also rechts die Steinwüste und dann... Komm mit. Du musst mal den Hund töten, der mich gerade gekillt hat, die Drecksau. Selbstverständlich. Komm mit. Die Feige. Siehst du, wo ich bin? Ja, gut. Hör dich aber, ja. Ja, siehst du mich jetzt auch? Ah, wieder nackend. Das ist so dein Ding, ne? Das ist auf jeden Fall nackt im Wald, sagt er. So hieß ja die erste Folge. Gibt sich eine lustige Anekdote zu, als ich noch nicht im Netzwerk war und hab die erste Folge Rust rausgebracht. Da ist er. Sieg gut da vorne. Siehst du? Da ist einer. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn. Führt ihn. Jawoll. Hast du, du Drecksau. Und dann muss aber noch einer sein, weil so nah war ich nicht. Probier doch erstmal deinen Körper zu finden. Jetzt hol ich mir erstmal Cloth. Jetzt schlachst du ihn erstmal. Ne, mein Körper ist hinten in dem Waldstück. Hier. Ich weiß, dass... Wird er hoch? Ja, in dem Wald drin hier. Wirst du in einem anderen Wald? Ne, gut. Ich hoffe, das finden wir wieder. Ach, klar. Da liegen bestimmt noch irgendetwas Teile von dir rum. Ja. Irgendwie Körperteile irgendwie. Irgendwo mittendrin war das hier. Ich war gerade mitten... Ich glaube hier in der... Ne, ich dachte schon... Man sieht das auch so schwer, ne? Ja, gerade weil... Wo habe ich denn gerade gestanden? Ich muss mal eine Aufnahme zurückgucken. Körper dunkelhäutig, wahr? Ne, der Körper siehst du ja nicht. Du siehst ja nur das Säckchen, oder? Wenn ich es vorne. Äh, stimmt. Oh nein. Schüssel, schnüssel. Wo ist denn das Telegamm hier? Es sind mehrere Säcken. Warte mal, warum bin ich eben gestorben? Ja, vielleicht ist er auch runtergerollt. Ich bin in Panik hier hochgerannt. Ey, guck mal unten nicht, dass der Stuff runtergerollt ist. Der Stuff. Der Stuff. Oder an. Schreibst du schon wieder mit irgendwelchen... Ja. Ich wollte gerade einen dicken Baum abbauen. Dann war das hier wahrscheinlich dieser hier. Ich habe diesen Jafar gefunden. Weißt du, in der Hütte, wo er nicht rauskommt. Er braucht C4. Ich habe den Film ja nicht wieder den Kram. Nein, Mann. Es war ein dicker Baum. Mach mal hier, äh, schieb mal das Gras weg. Schieb mal das Gras weg, ja. Es war ein dicker Baum. Oh Mann, ich bin hier irgendwie zurückgelaufen. Panisch. Und denn? Ja, ich weiß doch nicht mehr. In der Panik grenze einfach zurück und hoffe, dass du irgendwie überlebst. Blöd Arschhund. Okay, wir müssen im Wald roden. Ja. Hast du noch eine Axt dabei? Ähm, ja. Und die könnte dir so ja eine... Hat jemand gehupt? Ja, das war bei mir. Im RL. Ach so. Okay, ich mach dir noch eine Axt. Shit. Sag mal, wo war ich denn jetzt? Ich muss rückspulen. Wo weg denn? Wo weg? Ich bin an einem dicken Baum ran. Das könnte zum Beispiel auch diese hier gewesen sein. Ich war aber schon ein bisschen tiefer. Das war der ja. Das ist irgendwie wahrscheinlich. Das war doch so drei Sekunden her erst. Nein, ich weiß doch nicht. Ich bin doch... Guck mal, hier sind überall Bäume und ich bin zurückgelaufen. Ich meine, wo kann ich schon großartig gewesen sein? Oder was war der vorne? Ich bin echt so... Das war die Panik. Die hat mein Hirn gekliert. Gute Ausrede, wa? Ja. Ja, gekliert vor allen Dingen. Gekliert. Ja, weißt du, eine Information auf der einen Seite rein. Hinten klöttert irgendwas Wichtiges raus. Wolf kommt. Hinten fährt da, wo du bist. Flieg hinten raus. Wolf, wo bin ich? Wer sind sie denn? Was wollen wir? Was mach ich hier? Was mach ich hier, genau. Oh Mann, Minyas. Konzentrier dich. Wo bist du gestorben? Der Knach, der Knach, der Knach. Das ist mir jetzt ganz kurz vor doof, ist mir das jetzt, ja? Ja, ich weiß nicht. Hast du eine Axt für mich? Achso, habe ich jetzt die Macht, ja. Knochen habe ich. Ich habe zweimal Fleisch und einmal Stoff. Kriegt ihr da schon einen Klafsack raus? Wo war das beim Regenschirm? Ne, 60. 30 Klafsbaum und 100 Wut. 30? Hä? Du, stopp, da unten bist du doch. Ich bin... Fürs Gestell, glaub, ne? Holz. Wären wir beschossen, wie? Ne. Meinst du den Qualm? Äh, wo ist jetzt... Ach, noch 24 Sekunden. Jo, erzähl mal was. Ne, ich suche nochmal hier nach dem Stuff. Das kann doch nicht sein. Dann pack ich hier noch einen Baum. Vielleicht finde ich ja da drunter. Ich meine, aber du kannst... Weißt du, was du haben kannst? Dass er wirklich runtergerollt ist. Ja, ich habe schon unten geguckt. Eigentlich sieht man diese Säckchen ganz schön weit. Ja? Ja. Also wenn wir alles roten, haben wir vielleicht noch eine Chance. Ja, aber das kann doch nicht sein. Ich muss die Aufnahme stoppen. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt zurückspüren. Nein. Nee, echt nicht. Nein, die drei Minuten könnte jetzt schon nur überleben. Das Zeug. Ja. Wie lange liegt der Stuff denn hier? Du meinst, das Säckchen sieht man weit? Ja, relativ weit, ja. Kann einer mal das Gras ausmachen? Kann man das Gras ausmachen? F2? Grass fails on war es mal, gell? Dieser Befehl. Grass falls oder so, ne? Grass fails on. Fails. Nee, Minyas fails heißt das, ja. Minyas fails on. Ich glaube nicht, dass wir den Stuff wiederfinden. Ich gehe jetzt mal da unten hin vielleicht. Doch, hier liege ich. Ich liege hier. Geil, ich habe meine Leiche wieder gefunden. Fehlst du mich verarschen? Nein, ich habe mich nicht verarschen. Laufen wir die ganze Zeit da drum rum? Hier, guck mal, wo ich stehe. Hier. Ja, ich sehe dich ja. Und guck mal, wie ich getarnt bin. Ich meine, guck mal, die dunkle Hautfarbe ist schon ein Riesenvorteil. Aber mein T-Shirt habe ich gerade gesehen. Gott. Hallo, Minyas. Wie geht's dir? Leg dich mal hin. Leg dich mal rauf jetzt. Warte mal. Nein, nicht. Warte, ich muss noch looten. Nicht zerschlagen. Hä? Bist du doof? Schlag auf den Baum ein. Nein, nein, nein. Du wolltest Dinge tun. Entschuldigung, mach der Gewohnheit. Loot, loot, loot. So, jetzt kannst du... Oh, da liegt der Nack dann da. Oh, man sieht auch, es ist nicht zensiert. Hallo, Minyas. Boah, die Augen sind so nach oben verdreht. Jetzt schlachte ihn. Warte mal, ich muss mir das mal angucken. Boah. Ah, ich... Ah, 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 ah. Hör auf zu schlagen, ich will doch einen Screenshot machen. Wieso denn? Hä? Komisch. Du guckst bei mir ganz woanders hin. Nein, ich muss auch meinen Penis. Weg. Bei mir liegt er auf dem Boden. Also er kratzt mit einem Penis auf dem Boden. Machen, machen, platt. Ist egal. Wir haben einen Staff wiedergefunden. Ist schon mal gut. Oh, ich habe einen Menschenschädel. Geil. Kann man daraus was machen? Crush. Ja, wir können den dann wo hinsetzen, oder? So als Helm wäre cool, gell? Ich habe den Menschenschädel gecrushed. Und jetzt? Ist schon klar, dass es mein Kopf war. Oh. Ne, das war ein Menschenschädel. Und ich habe... Human Meat. Oh, da guckt der Knochen so schön raus noch. Eat. Aus dem Human Meat. Dann kannst du direkt... But should you eat it? Kannst du direkt essen, soll ich? Ne, du vergiftest dich damit. Vielleicht macht der wieder diese Geräusche. Das ist wie bei DayZ Standalone. Wie bei DayZ Standalone ist doch Kannibalismus drin. Ja. Und wenn du das isst, das Fleisch, dann wirst du irre und lachst und kicherst nur so vor dich hin. Äh... Nein. Doch. Ach Quatsch, wo dann kennt sich der aus? Der ist ja Kannibalismus-Kind. Er ist der Kannibale von Rotenburg. Er beleugnet das einfach. Ja, ja. Ähm, nein. Doch, machst du doch gerade... Nein. Klar. Hast du gerade noch einen Hahn im Mund? Nein. Noch so einen Finger genommen. Genau. Nein. Ich bin es nicht gewesen. Kommen wir da hinten jetzt nochmal ein Stein-Ächschen. Oh, jetzt fragt er gerade. Ist doch hier der Community-Server von Hörnstotz, oder? Hier? Nein. Nein. Wir sind auf dem fremden Server. Woher... Woher... Egal. Nicht weiter drüber nachdenken. Einfach machen. Bäume schlagen ist total spannend für die Zuschauer. Ich denke auch, die haben schon alle abgeschaltet. Deswegen sind wir auch am Ende einer Folge, würde ich sagen. Fleisch nochmal, bitte. Meine Damen und Herren, es hat mich sehr gefreut, dass Sie die Zeit gefunden haben, hier zuzuschalten und reinzuschauen und mit uns 20 Minuten unseres Lebens zu verbringen. Indem wir die gleichen Minias suchen. Genau, ja. Super cool. Beim nächsten Mal gibt es Action da. Schließe ich Minias dafür. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Ansonsten schreibt mir in den Kommentaren. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Das Gleiche. Tschüss. 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 Tschüss.